Film ab, film ab, eins, zwei, drei, wir haben Spaß mit Carla und Kai. Kommt alle mit, eins, zwei, drei, hier ist noch frei bei Carla und Kai. Die Sonne scheint. Ein schöner Morgen. Ja, wunderbar. Aber ich höre die Kinder kommen. Oh, schnell! Wo können wir uns verstecken? Im Schrank? Unter dem Tisch? Auf dem Regal? Nein, in der Gießkanne. Schau, dort sind Gießkannen. Ein gutes Versteck. Let's get the green one. I'm taking this one. I'll take this one. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war knapp. Ja, das war kein gutes Versteck. Aber schau, es ist wunderschön hier. Blumen, Blätter, Bienen, Büsche, Gras. Unter uns ist warme Erde und in meiner Tasche habe ich noch zwei Bonbons. Typisch Carla. Nur Süßes im Kopf. Da ist noch etwas über uns. Ein Spinnennetz. Ich habe eine Idee. Das Netz ist unsere Hängematte. Mir geht's gut. Das ist Traumurlaub. Ein Schulgarten ist ein wunderbarer Ort. Es gibt keinen Strand, aber es gibt Blumen, Sonne und Spinnennetze. Hier macht Urlaub Spaß. Das Lässt. Untertitelung des ZDF, 2020